Hallo miteinander, mein Name ist Dino Roberto Staug. Ich bin der Küchenchef der Widerbar & Kitchen hier in Zürich. Wir gehen jetzt zusammen in die Küche und machen dort ein Sashimi. Kommt mit! So, jetzt nehmen wir hier die Peperoncini und entkernen. Zuerst kalibieren. Ein kleiner Tipp von mir, dass die Kerne besser rausgekratzt werden, machen wir das mit dem Messerrücken. Es ist einfach ein bisschen stabiler. Dann schneiden wir die Brune anschneiden. So. Dann haben wir die feinen Würfel ohne Kerne. So. 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 Bis zum nächsten Mal.